Hallo YouTube! Bevor wir uns ganz tief in die Materie begeben mit Zeigern und Funktionen, Klassen und Destruktoren und so weiter, wollen wir heute erstmal den ganz einfachen Umgang mit Variablen uns darüber unterhalten. Und ich werde schon mal vorwegnehmen, ich werde zuerst nur über C++ reden oder C im Allgemeinen und dann werde ich später immer mehr über Java reden und andere Programmiersprachen, deswegen keine Angst, aber am Anfang werden wir uns erstmal mit C++ beschäftigen, einfach weil das aus persönlichen Gründen einfach ist. Und heute werden wir uns einfach nur mit ein paar Variablen beschäftigen und eine Variable zu benutzen ist eigentlich ziemlich einfach. Man kann zum Beispiel sagen, ich würde mir gerne einen int reservieren, also einen Integer, also einen 4 Byte langen ganzzahligen Wert. und das kann man einfach machen, indem man das einfach aufschreibt. Das schreibt man einfach hin, int i. Das sagt dem Programm oder dem Compiler hinterher, ja, ich würde gerne einen Integer haben, den will ich nennen, i. Ich könnte den Integer auch Affen nennen, aber ich will nicht immer Affen schreiben, deswegen nenne ich ihn einfach mal i, dann kann ich nämlich einfach i schreiben die ganze Zeit. Und um aber so einen Befehl abzuschließen, was der Compiler machen soll, muss ich dahinter hier einen Semikolon schließen. Ein Semikolon schließt immer einen Befehl ab. Das heißt, hier habe ich zum Beispiel den Befehl, reserviere mir ein int i. Und zwar, aufpassen, hier vorne, der int i wird ja einfach nur im statischen Speicher reserviert, also im Stack. Der int i wird ja nicht im dynamischen Speicher reserviert. Und das ist eine Sache, die wird hinterher noch wichtiger, wenn wir über Zeiger und so weiter reden. Mit diesem int i kann man dann lustige Sachen machen. Man kann zum Beispiel den i erhöhen, da schreibt man i++, das ist ein Kommando, um den i um 1 zu erhöhen. Man kann auch i minus minus machen und dann würde man den i um 1 verniedrigen. Und wie ihr seht, ich schließe jede Zeile hier vorne mit einem Semikolon ab, beziehungsweise jeden Befehl, sollte ich lieber sagen. Und das heißt, hier hinten fängt dann der neue Befehl an. Muss noch nicht, weil es wäre in einer neuen Zeile sein, sondern einfach nur in ein neuer Befehl. Wichtig ist eigentlich, dass ich hier etwas ganz Grundlegendes falsch gemacht habe, was ihr bitte nicht falsch machen solltet. Aus Demonstrationsgründen habe ich hier einfach mal diesen int hier vorne einfach nur gesagt, ich möchte gerne Speicher haben, aber ich habe nicht gesagt, wie dieser Speicher gefüllt werden soll. Was man normalerweise macht, oder was man häufig macht, ist, man schreibt, int i ist gleich 0 zum Beispiel. Mit diesem gleich 0 hier hinten initialisiert man seinen Integer. Das heißt, man gibt ihnen einen Anfangswert. Initial ist das englische Wort für anfänglich. Das heißt, durch diese Initialisierung hier vorne hat der int einen Anfangswert. Und wenn wir dann plus plus machen und minus minus, dann ist der int danach auf 0. Wenn wir einfach so hier vorne int i machen würden und dann i plus plus, i minus minus machen würden, wüssten wir nicht, was hinter drin steht. Was nämlich dann passiert ist, wir gehen nochmal rechts zu unserem Hauptspeichermodell rüber. Das heißt, wir haben hier unseren Hauptspeicher. Ich habe gerade gesagt, das hier läuft alles auf dem Stack. Das heißt, wir reservieren uns hier einen Platz für den int i. Der heißt dann auch so, der Platz, den wir uns reserviert haben. Aber da kann jeder Schwachsinn drinstehen. Da kann 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 drinstehen. Zum Beispiel, also das wäre jetzt ein schlechtes Beispiel, weil int normalerweise 4 Byte lang ist, wie wir es schon besprochen haben. Sagen wir mal, es wäre nur ein 2 Byte langer Bit. Äh, ein 1 Byte langer Bit. Dann könnte da sowas drinstehen. Und dann, wenn wir da plus plus und dann minus minus drauf aufrufen würden, wäre das genau das, was hier dann steht nochmal. Und das wäre nicht einfach eine 0. Um eine 0 zu kriegen, müssten wir das Glück haben, dass von Anfang an hier alles auf 0 war. Es kann passieren, es passiert so relativ häufig, aber es muss nicht immer passieren. Und das ist eine Sache, auf die muss man achten. Dass man nicht einfach so Sachen uninitialisiert lässt. Das heißt, jede Sache, die man deklariert, das hier nennt man deklarieren, einfach aufschreiben, ohne es zu initialisieren. Jede Sache, die man deklariert, sollte man auch irgendwie initialisieren. Das heißt, jede Variable, die man deklariert, auch initialisieren. Das kann man auch anders machen. Man kann es zum Beispiel auch so machen, ich sage, int i will ich haben und dann sage ich, i ist gleich 5. Hier habe ich die Variable zuerst einfach nur deklariert. Ich habe gesagt, ich will die haben und danach habe ich sie initialisiert. Das heißt, danach habe ich gesagt, i soll gleich 5 sein. Das ist das Gleiche, als hätte ich hier oben schon direkt geschrieben, int i ist gleich 5. Und ihr seht eindeutig, welcher Weg der schnellere ist. Der obere Weg ist eindeutig der schnellere. Der untere Weg ist etwas langsamer, kann aber auch manchmal hilfreich sein, wenn man irgendwas Besonderes zeigen will. Wenn man zum Beispiel hier zwischen noch ganz viel Code einfügt oder so, ist aber relativ selten benutzt so was. Das heißt, meistens wird einfach hier oben direkt initialisiert, während man den noch deklariert. Was wir machen ist generell, wir geben unserem Speicher einen Namen, Namen i zum Beispiel, und mit diesem Namen können wir dann den Speicherbereich ändern. Das heißt, wir können da ihn gleich 5 setzen, wir können ihn um 1 erhöhen, wir können ihn um 1 verringern, oder wir können ihn schon von Anfang an auf irgendwas setzen. Und das sind so die grundlegenden Sachen, die man macht mit Speicherbereichen. Das heißt, wir geben ihm einen Namen und dann benutzen wir sie irgendwie. Wie gesagt, beim dynamischen Speicher, der hat nicht direkt einen Namen, der hat einen Zeiger, der auf ihn zeigt, aber keinen Namen. Den werden wir uns aber erst genauer anschauen, wenn wir uns auch wirklich über den dynamischen Speicher beziehungsweise Zeigerarithmetik unterhalten. Jetzt wird es natürlich spannender, erst wenn wir mehrere Sachen nehmen. Wir nehmen zum Beispiel den int, a und den int b und mal eben gucken, habe ich hier irgendwas falsch gemacht? Naja, erstens, ich habe noch keine 7 Kolons gesetzt und zweitens, sollte ich die noch initialisieren? Das kann ich entweder in den Zeilen drunter machen oder ich kann es schon direkt machen. int a ist zum Beispiel gleich 1 und b ist gleich 4. Und jetzt ist es ziemlich simpel. Wie addiert man irgendwelche Sachen? Man sagt einfach a plus b. Jetzt ist das ganz interessant, und das Ergebnis, was da rauskommt, steht jetzt einfach irgendwo im Code. Da steht jetzt im Code, steht jetzt einfach hier vorne, sagen wir uns mal, eine 5. Das bringt uns aber noch überhaupt gar nichts. Die 5 wollen wir irgendwie verwenden. Wir wollen das Ergebnis irgendwie weiterverwenden, weil so viel hätten wir es sonst berechnet. Das heißt, was man normalerweise macht, ist, man sagt, ich will, dass das irgendwo gespeichert wird. Das kann man entweder machen, indem man sagt, a ist gleich a plus b. Dann wird das Ergebnis von a plus b in a gespeichert. Das heißt, in a würde jetzt die 5 gespeichert werden. Das heißt, a wäre jetzt nicht mehr 1, sondern eine 5. Oder, man kann das Ganze in einem neuen Ergebnis int speichern, zum Beispiel der int result und den initialisiert man auf 0 oder initialisiert man hier gar nicht, in diesem Falle, weil man ihn dann hier unten sowieso direkt initialisiert, indem man sagt, result ist gleich und dann sagt man a plus b. a plus b. Es gibt übrigens einen kleinen Unterschied zwischen Zuweisungsoperator und Konstruktor. Der Konstruktor wird hier oben mit aufrufen, und das hier unten ist ein Zuweisungsoperator, ist aber am Anfang noch nicht so wichtig. Darüber werden wir mehr sprechen, wenn wir wirklich über Klassen sprechen und über Konstruktoren. Am Anfang können wir uns aber merken, ich kann entweder sagen, ich will das in eine bereits vorhandene Variable reinschreiben oder ich will mir vielleicht eine neue Variable machen, in die ich so ein Ergebnis reinschreiben will. Natürlich kann ich auch, hier vorne, natürlich kann ich auch das Ganze hier mit einem Minus machen. Das ist relativ selbstverständlich. Interessanter sind aber andere Sachen, wie zum Beispiel folgende Schreibweise. a plus gleich b. Das hier vorne ist eine besondere Schreibweise für diesen linken Teil hier vorne. a plus gleich b heißt, addiere, was auch immer hier hinten steht, auf a. Und speichere das Ganze in a. Das heißt, erst mal a plus, also erst mal addieren, a plus b, und dann a gleich b, oder a gleich das Ergebnis. Das heißt, a zuerst addieren, und dann speichern. Das steht hier drin. Addieren, und dann speichern. Addieren, und dann gleichsetzen. Und das ist sozusagen das, was man sich auch denken kann. Natürlich gibt es auch a minus gleich b, und a mal gleich b. Für mal nehmen wir in der Poemiersprache C plus plus, nehmen wir da zum Beispiel eine Sternchen, a mal gleich b, oder halt, a durch b geht natürlich alles. Das hier sieht man sehr selten aus, da gibt es so ein Slash, da gibt es dafür a durch b. Da gibt es alles Mögliche. Interessante Sache noch, das a durch b, was ich hier gar nicht mal aufgeschrieben habe, mal sehen, wer von euch gut aufgepasst hat, das a durch b hier vorne, wenn ich das ausrechne und mir irgendwo einspeichere, was ist das Ergebnis? Und die Antwort ist gar nicht so leicht, wie sie hier erstmal aussieht. a ist hier oben eine 1, b ist eine 4. Aber es ist nicht ein Viertel, das Ergebnis hier vorne. Denn hier vorne wird die Division von ins durchgeführt. Was hier in Result gespeichert werden würde, wäre hier eine 0, das ist die Division 2 ins, und 1 durch 4 ist 0,25, also nur die erste Stelle davon ist 0. Das heißt, hier würde eine 0 drin sein, also es ist natürlich nicht immer die erste Stelle, aber alles ohne das Komma sozusagen. Das heißt, hier würde einfach nur die 0 drin gespeichert werden. Das heißt, das Resultat wäre hier 0, also hier unten 0, und nicht etwa 0,25. Warum wäre das 0? weil wir hier vorne gesagt haben, dass das hier vorne ein Int ist, und das beides hier ist auch ein Int. Jetzt ist die Masterfrage, die ihr nicht unbedingt beantworten können müsst. Wenn ich das Ganze jetzt zum Double mache, das heißt, zu einer Kommazahl, Double Result, und ich sage, Double Result soll gleich A durch B sein. Geht das dann? Die Antwort ist hier verbüffelnderweise wieder Nein. Das hat was mit Operatoren zu tun, denn A durch B wird ja als erstes berechnet, und dieses A durch B hier vorne, das ruft einen Operator auf, und zwar diesen Durchoperator. Und das Besondere ist, der Durchoperator kann gucken, was für Typen das sind. Und sowohl A als auch B sind beides Typen Int. Das heißt, es wird trotzdem die Division von Int ausgeführt und in das Result reingespeichert. Das heißt, obwohl das ein Viertel eigentlich sein müsste, wird hier reingespeichert 0,000000. Das heißt, obwohl das hier 0,25 sein müsste, wird hier 0,000 reingetan. Das heißt, das ist eine Sache, auf die man aufpassen muss. Division von Ints nicht immer empfehlenswert. Das ist eine Sache, da passieren oft Fehler. Ist aber auch ganz interessant, weil das sozusagen automatisch abgerundet wird, und das kann man sogar benutzen. Wenn man zum Beispiel eine Schleife macht, die alle vier Werte erst einen erhöhen soll, dann kann man zum Beispiel die Division von Ints dafür benutzen. Ist natürlich alles nicht empfehlenswert, und deswegen werden wir uns damit nicht genauer befassen. Natürlich können wir solche Werte, wie zum Beispiel Int oder Double, nicht nur so deklarieren, sondern wir können natürlich auch zum Beispiel Char-Werte deklarieren, und da ein Char-C auch was Unterschiedliches sein darf, als einfach nur irgendeine Zahl, können wir ihn auch folgendermaßen deklarieren. Das heißt, wir könnten da jetzt hinschreiben, das ist irgendeine Zahl, das ist 2 oder so, dann wäre das der zweite Charakter, aber wir können auch hinschreiben, das ist A zum Beispiel. Und hier vorne wird dieses A hier vorne in eine Zahl übersetzt, und diese Zahl wird dann als Char abgespeichert. Wenn wir den Char wieder ausgeben würden, würde da wieder das A ausgegeben werden. Das heißt, die Zahl, die in den Char gespeichert wird, in dieses Einbildsystem, ich kann es nochmal hier oben hin machen, das heißt, hier oben kriegen wir dann irgendwo unseren Char-C, das ist ein Char-C, da wird irgendeine Zahl reingespeichert, das heißt, es sind genau 8 Zahlen hier vorne, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, das sind 3, 4, das sind 8, so, das heißt, das steht dann im Char-Durn, und wenn wir den Char dann sozusagen ausgeben wollen, dann wird diese Zahl hier vorne wieder in ein Buchstaben verwandelt. Genauso können wir aber auch den Char direkt mit einer Zahl deklarieren, das heißt, wir können sagen, Char-C ist gleich 15 oder so, ich habe mir die jetzt leider nicht alle aus mir endlich gemerkt, und dann würde da genau der 15. Char ausgegeben werden. Okay, gerade nochmal nachgeguckt, würden es wahrscheinlich eher auf die, jetzt kommt die große Sache, auf die 97 setzen. Zumindest, falls man dieser Char-Liste hier vorne vertrauen darf, der A-S-C-I-I-Liste, das heißt, der A-S-C-I-I-Charakter, der zu der 97 gehört, ist hoffentlich das kleine A, das große A ist etwas weiter vorne. Auch Boolean-Werte kann man besonders setzen, natürlich kann man einen Fehler sagen, Boole, C ist gleich 0, oder Boole, C ist gleich 1, das andere wird hier nicht funktionieren, das ist auch eine ganz interessante Sache, oder ich werde mal B nennen, das heißt 0 oder 1, was anderes geht nicht, wobei 1 für wahr steht, 0 steht für falsch, man kann aber auch sagen, ich will Boole B nicht mit 1 oder 0 machen, sondern ich will da ein True hinhaben, oder ich will ein False hinhaben, B gleich False. False und True sind beides solche Stichwörter, die das System erkennt und automatisch innerhalb als entweder eine 1 oder eine 0 ersetzt. Warum schreiben wir dann überhaupt True oder False? Das macht doch gar keinen Sinn, wir könnten auch 0 oder 1 schreiben und 0 ist kürzer als False und eine 1 kürzer als True. Die Antwort ist ziemlich simpel. Wir machen das nur, weil das Ganze dann verständlicher wird. Wenn eine gigantische Abfrage ist und irgendwo in dieser Abfrage steht auf einmal B gleich gleich 1 und davor steht I gleich gleich 1 und davor steht C gleich gleich 1. Welches davon ist jetzt der Boole? Was davon ist der Int und was davon ist der Char? Natürlich geht das alles, aber es ist absolut schwachsinnig. Wenn wir hier gucken, das ist der Char C, den ich hier deklariert habe. Den kann ich natürlich vergleichen mit einer 1. Das macht man übrigens mit dem Operator hier, über den wir auch noch sprechen werden. Aber natürlich kann ich den vergleichen mit einer 1, den Char C und ich kann auch den Int vergleichen mit einer 1. Ich kann auch den Boole vergleichen mit einer 1. Aber erst wenn ich hier was hinschreibe, was dann folgendermaßen aussieht, erst wenn ich hier, na, das ist jetzt ein bisschen ungünstig mit dem Charakter hier vorne, sagen wir, ich vergleiche den hier mit 0. Das ist jetzt ein bisschen umständlich. Das heißt, ich könnte das hier auch so schreiben, indem ich sage hier, das hier vorne soll gleich der erste Charakter sein. Das ist der hier, der 0 Charakter. Ich könnte auch fragen, ob der i, das ist ein Int, der soll 1 sein und der Boolean, der ist true. Und auf einmal sehe ich nur von dieser Abfrage hier vorne direkt schon, was hier vorne von ein Int ist, was hier vorne, oder ein Double könnte es auch sein, was hier vorne von ein Int oder Double ist, also eine Zahl generell, was hier vorne ein Charakter ist und was hier vorne ein Boolean ist. Und deswegen gibt es diese Stichwörter wie true und false. Das war es soweit mit den einfachen Variablen. Wir müssen aber noch drüber sprechen, wie das Ganze mit den etwas schwierigeren Variablen funktioniert, und zwar mit den dynamischen Variablen. Und da werden wir über Zeiger sprechen müssen und das wird eine lustige Fahrt werden, weil das oft sozusagen das Höllenthema ist. Nein, ich sollte es nicht übertreiben, aber es ist ein sehr schwieriges Thema, das Thema der Zeiger. Aber zum Glück habe ich hier ja alle Zeit der Welt. Insofern hoffe ich mal, dass ich euch das wunderschön beibringen kann und ich hoffe auch, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.